Willkommen bei Our of Power. Es freut mich, dass Sie sich für diese Predigt aus der Reihe Der steinige Weg interessieren. Dazu gibt es auch ein kostenloses Predigt-Booklet, das wir Ihnen gerne zuschicken. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Und nun wünsche ich Ihnen viel Ermutigung durch die folgende Predigt von Bobby Schuller. Wir sprechen jeden Sonntag gemeinsam unser Bekenntnis. Damit bringen wir unsere Identität in Einklang mit Gottes Wort. Wir halten unsere Hände geöffnet vor uns als Zeichen, dass wir empfangen und sprechen gemeinsam Ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit der Welt teilen. Amen. Ich glaube, dass dieses Bekenntnis, das wir immer sprechen, ein Werkzeug ist. Ein Werkzeug, das Ihnen hilft, Freude und Frieden zu erleben und, ob Sie es glauben oder nicht, mehr Spaß im Leben, Ausdauer und Energie zu haben. Wenn Sie an die gute Nachricht von Jesus Christus glauben, die wir gerade bekannt haben. Deshalb sage ich Ihnen heute, Sie sind ein wunderbarer Mensch. Natürlich haben Sie Ihre Fehler und Macken, aber das gehört zum Menschsein dazu, nicht wahr? Wir alle haben Fehler und Makel. Ich möchte Sie heute ermutigen, damit aufzuhören, sich zu verstellen. Nehmen Sie Ihre Maske ab, damit alle anderen Sie so lieben können, wie Sie wirklich sind. Das fällt sehr schwer, nicht wahr? Es ist schwer, sich nicht zu verstellen. Wir alle machen das ein bisschen. Ohne sich zu verstellen, ist man in dieser Welt oft nicht sehr erfolgreich. Aber die meisten machen es zu viel. Wir sind oft wie Pfauen, die ihre schönen Federn aufstellen und ihr schönes blaues Federkleid zeigen. Was Pfauen damit machen, ist locken und verführen. Wir versuchen damit, Menschen anzuziehen, damit sie uns mögen und lieben. Aber oft ist es nur Täuschung. Pfauen können nämlich nicht gut fliegen. Es sind irgendwie nur fette Hühner, die nirgendwo ankommen. Unser Leben ist ganz oft so, aber wir empfangen nur dann Kraft von Gott, wenn wir aufhören, uns vor anderen beweisen zu müssen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nicht erst, wenn wir perfekt sind, sondern indem wir glauben. Kann ich ein Amen hören? Ich habe angefangen, über einen Satz nachzudenken, den ein Pastor vor einigen Jahren gesagt hat. Ich habe ihn nie vergessen und er kam mir vor ein paar Monaten wieder in den Sinn. In der Bibel steht, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Was wäre, wenn alle Entscheidungen, die wir im Leben fällen, im Kern entweder von Liebe oder Furcht motiviert sind? Was wäre, wenn alles, was wir im Leben tun, entweder daher rührt, dass wir ängstlich und besorgt sind, oder von der Liebe getrieben, damit wir anderen die Hand reichen und sie lieben können? Ich will nämlich dafür werben, dass die christlichen Motive von Gnade und die Feindesliebe eine gute Motivation und erstrebenswert sind. Übrigens, wenn Sie mit jemandem streiten, Ihrem Ehepartner oder einem Freund, fragen Sie sich selbst, ob Sie gerade aus Angst oder aus Liebe heraus handeln. Ganz ehrlich, wenn Sie in einen Streit geraten, in dem es hart auf hart kommt, sind Sie bei der Liebe als Motiv besser aufgehoben. Genauso in der Kindererziehung. Wenn Sie Ihre Kinder erziehen, wählen Sie Ihre Methode aus Furcht oder aus Liebe. Lassen Sie sich in allem von der Liebe leiten und wenden Sie sich ab von der Furcht. Sie sind kein ängstlicher Mensch, Sie sind mutig. Mut bedeutet, die Angst zu spüren, sich aber nicht von ihr beherrschen zu lassen. Sie lassen sich von Mut und der Liebe leiten. Amen? Liebe und Furcht sind völlige Gegensätze. Weil um Liebe zu erleben, muss man verletzlich sein. Man muss anderen erlauben, tief in einen hineinzusehen. Man muss anderen seine Fehler, Sünden, Ängste und Zweifel zeigen dürfen. Selbst wenn man am Glauben und an anderen zweifelt. Man muss sich zeigen dürfen, wie man ist. Das ist beängstigend, weil es so viele Richter gibt, so viele Leute, die sich genauso schämen wie Sie, die aber gerne bereit sind, Sie sofort abzulehnen und zu verurteilen. Das tut weh. Verabschieden Sie sich von dieser Haltung. Lassen Sie es hinter sich. Denn letzten Endes tragen wir alle diese stille Verzweiflung in uns, dass die anderen nicht uns lieben, sondern ihr Bild von uns. Sagen Sie dem Lebewohl. Sie sind es wert, geliebt, geschätzt und angenommen zu sein als der Mensch, der Sie sind und nicht so, wie Sie sein sollten, mit all Ihren Fehlern. Deshalb sind oft die fehlerhaftesten Menschen die liebenswertesten Menschen. Manchmal ist es leichter, unter Sündern als unter Heiligen zu sein. Kann ich ein Amen hören? Weil die Sünder in all ihrer Sünde nicht so verurteilend sind. Scham ist dabei das große Problem. Die Scham selbst ist der Feind. Es gibt einen Unterschied zwischen Schuld und Scham, und es lohnt sich, das zu wiederholen. Schuld ist das Gefühl, wenn Sie etwas getan haben, von dem Sie wissen, dass es nicht zu Ihnen gehört, und Sie lehnen es ab, weil das nicht Sie sind. Schuld ist etwas Gutes. Man tut etwas Schlechtes, merkt, so bin ich doch gar nicht, das hätte ich nicht tun sollen. Ich werde mich entschuldigen und mein Handeln ändern. Scham hingegen sagt nicht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern ich bin ein Fehler. Scham sagt, ja klar, habe ich das getan, so bin ich eben. Eine Eigenschaft für Scham ist auch Heimlichkeit. Scham ist der Teil unseres Lebens, vor dem wir schreckliche Angst haben, ihn anderen zu zeigen. Wenn andere das über mich wüssten, würden sie mich ablehnen. Scham ist der heimliche Bereich ihres Lebens. Und jetzt etwas Psychologie. Scham ist das, was uns am meisten davon abhält, mit anderen eine tiefe Verbindung aufzunehmen. Ich glaube, dass Gott es deshalb in der Bibel erwähnt, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um unsere Sünde zu tilgen, sondern auch unsere Scham wegzunehmen. Ich möchte Sie etwas fragen. Die Kirche bekommt immer wieder diesen Vorwurf. Hat die Kirche Scham als eine Tugend etabliert? Sicher kann man das so empfinden. Nicht alle Prediger sind gnädig, und in manchen Gemeinden bekommt man im Gottesdienst den Eindruck, als wollten sie einen mit einem dicken Schamgefühl beladen heimschicken. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht, weil ich glaube, dass die Leute, die kommen, sowieso schon mit Schuldgefühlen in der Kirche sitzen. Das muss man nicht noch verstärken. Die Frage war, hat die Kirche Scham als Tugend etabliert? Und die Antwort ist, nein. Das, was wir in der Kirche sehen, ist nicht Scham, sondern im Gegenteil der Tod der Scham. Menschen fangen an, offen und ehrlich zu sein, und das ist die Lösung, um die Scham loszuwerden, nämlich vor anderen und Gott zu zeigen, wofür man sich schämt. Es gibt nichts, was mehr erneuert und erfrischt, als zu sagen, hier sind meine Leichen im Keller, der ganze Kram, meine Depression, die Medikamente, die ich nehme, die Krankheit, die ich versteckt gehalten habe. Hier sind meine Ängste, mein Verlust, meine Sorgen, darüber nicht gebildet, erfahren und schlau genug zu sein. Hier ist alles, was ich bedauere. Und jetzt? Dann kommen liebevolle Menschen auf sie zu, umarmen sie und sagen ihnen, wir lieben dich, und jetzt lieben wir dich sogar noch mehr, weil wir dein wahres Ich sehen. Liebe Freunde, Sie brauchen nichts vorzutäuschen, Sie sind toll. Wir alle ringen mit Scham, jeder von uns. Aber Gott will diese Scham aus ihrem Leben beseitigen, so dass Sie tiefe Verbindung zu ihm und anderen aufnehmen können. Ich kann Ihnen sagen, es ist so gut, so zu sein. Seien Sie einfach Sie selbst und spielen Sie nichts vor. So sind Sie, Sie haben keine Furcht. Sie sind kein ängstlicher Mensch, das waren Sie nie und werden Sie nie sein. Gott wird Ihnen helfen, diese Maske abzunehmen und auf andere und Ihnen zuzugehen und diese tiefe, großartige Beziehung zu stärken. Hannah hat aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 18 vorgelesen, die berühmte Geschichte vom Zöllner und dem Pharisäer. Das ist eine der großartigsten Stellen, ich liebe sie. Lese sie Ihnen vor. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, lesen Sie ruhig mit, Lukas 18, Abvers 9. Was meinst du? Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch so wie dieser Zöllner. Das Lachen steht nicht in der Bibel. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ich spende. Aber der Zöllner stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist eine machtvolle Botschaft, die in unserer westlichen Welt leicht fehlinterpretiert wird. Zuerst möchte ich auf den Zöllner eingehen. Erst einmal, wo sind die Männer in der Geschichte? Hat jemand aufgepasst? Ich sage es Ihnen. Im Tempel. Das ist wichtig. Sie sind im Tempel in Jerusalem. Es gibt ihn jetzt nicht mehr. Er wurde zerstört. Aber der Tempel war damals das Herzstück des priesterlichen Judentums. Dort haben die Juden die Reinigung von ihrer Schuld empfangen. Das geschah dort im Tempel, und das war das Herzstück des jüdischen Lebens. Er war gigantisch, fast ein Weltwunder. Gewaltig, dieser Tempel. Tausende Menschen gingen dorthin und versammelten sich. Und so ging ein Pharisäer, und Sie erinnern sich, Pharisäer waren damals wirklich angesehen. Ein Pharisäer war so wie ein Pastor. Der Pastor einer großen Kirche. Er steht da und dankt. Mir gefällt, dass es heißt, er sprach ein Gebet über sich selbst. Großartig. Das Gebet war, danke Gott. Danke Gott, dass du mich so gut gemacht hast. Das ist klasse. Ich werde weiter zweimal die Woche fasten und meinen Zehnten zahlen und danke, dass ich nicht so bin wie dieser Räuber und nicht wie dieser Ehebrecher und ganz besonders nicht so wie dieser Zöllner. Puh. Das war knapp. Alle sagen über ihn, ja, er ist ein wirklich guter Kerl, er macht diese tollen Dinge. Alle loben den Pharisäer und er bekommt seinen Preis, nämlich eine applaudierende Menge. Und dann haben wir den Zolleinnehmer. Das erste, was ich über den Zöllner sagen muss, ist, dass er wirklich ein schlechter Mensch war. Er war kein missverstandener Mensch wie zum Beispiel die Samariter. Die Zöllner in diesen Tagen waren wirklich fies. Sie waren Angestellte des Römischen Reiches und die Römer ließen sie durch die Gegend ziehen und von jüdischen Mitbürgern, die die Besatzungsmacht hassten, Steuern einsammeln. Die Zolleinnehmer verdienten ihr Geld dadurch, dass sie ihren persönlichen Zinssatz draufschlugen und niemand sagte, wie hoch der eigentlich war. Anders gesagt, es gibt keine Belege oder Beweise. Der Zöllner kommt an die Tür und sagt, heute sind es 15 Prozent. Stellen Sie sich den Sheriff von Nottingham aus Robin Hood vor, der den Mann mit dem gebrochenen Bein auf den Gips schlägt, um seine versteckten Münzen zu bekommen und der die Witwin bestiehlt. Ein schrecklicher Mensch, nicht wahr? Dieser Zöllner kommt in den Tempel und öffnet Gott sein Herz. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Zöllner sehen, der Scham empfindet. Wir sehen einen Mann, der seine Scham loslässt. Stellen Sie sich vor, wie dieser Zöllner jeden Morgen aufwacht und sagt, in Ordnung, ich muss heute noch mehr Geld von den Waisen und Witwen, von den Armen und Alten herauspressen. Aber nur, damit ich meine eigenen Kinder ernähren kann. Wie sonst soll ich meine Miete bezahlen? So handelt er jeden Tag, Jahr ein Jahr aus. Böse, aber aus Notwendigkeit. Ich muss es tun. Wenn ich es nicht tue, tut es ein anderer. So denken wir doch alle, wenn wir das Falsche statt des Richtigen tun. Dieser Mann läuft jeden Tag mit einem dauernden Gefühl von Scham durchs Leben. Die Gesellschaft lehnt ihn ab, seine Freunde meiden ihn wegen seiner Arbeit, aber er macht weiter, ohne Energie, ohne Leben, ohne Freude. Schließlich muss er es ja machen. Wer macht es denn sonst? Dieser Mann geht jeden Tag mit dieser riesigen Last von Scham durchs Leben. Und schließlich geht er eines Tages in den Tempel und sagt, ich habe genug. Und er gibt total sein Leben preis. Er macht das nicht heimlich. Er ist dabei von tausenden Leuten umringt, die ihn alle kennen. Das ist ihr Zolleinnehmer, ihr Finanzbeamter. Und da steht er, schlägt sich auf die Brust und sagt, Gott, erbarme dich über mich, den Sünder. Hier sehen wir keine Scham, sondern echte Offenheit. Hier sehen wir keine Scham, sondern Ehrlichkeit. Wir sehen einen Mann, der endlich mit dem aufräumt, was er getan hat und sagt, Herr, hilf mir. Ich schaffe das nicht ohne dich. Wenn er sagt, ich bin ein dreckiger Sünder, entsteht dadurch keine Scham, sondern er beseitigt sie. Wenn unsere Scham verschwindet, tut sie das durch Verletzlichkeit und Umkehr. Das sieht schmutzig aus. Er bringt damit neues Leben hervor. Wenn ein Mensch neu geboren wird, ist es schmutzig. Wenn ein Baby geboren wird, ist es nicht putzig, es ist erstmal chaotisch. Aber genau da kommt neues Leben hervor. Viele von uns tragen all diese Lasten mit sich herum, diese Geheimnisse, Gefühle, Emotionen. Wir fühlen uns so isoliert, weil wir immer nur unsere Schokoladenseite zeigen. Und wenn Leute unsere Schokoladenseite mögen, denken wir, was, wenn sie meine Schattenseiten ablehnen? Das ist nicht Gottes Absicht für sie. Ihr wahres Ich ist viel besser, als sie denken, weil sie auch mit all ihren Macken ein wunderbarer Mensch sind. Jetzt kommt das Geheimnis an dieser Stelle. Ich frage noch einmal, wo sind sie? Im Tempel. Die Pharisäer hatten viele Regeln aufgestellt. Wenn man damals in den Tempel ging, ging man an den heiligsten Ort im Judentum. Eine Regel im Judentum ist, dass es keine Götzen, keine Bilder geben darf. Das wurde auch auf die Währung bezogen. Auf den römischen Münzen, den Denari, waren heidnische Symbole, satanische Bilder. Cäsar, richtig? Und so hieß es, nein, 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 römisches Geld kommt hier nicht rein. Wer in den Tempel will, muss sein römisches Geld in jüdische Schäkel umtauschen, weil die koscher sind. So haben die Pharisäer dafür gesorgt, dass am Tempeleingang alle ihr böses Geld in religiös sauberes Tempelgeld umtauschen. Können Sie mir folgen? Und was passiert beim Wechseln? Wenn Sie reisen, wissen Sie genau, was ich meine. Ein Teil wird abgezogen, stimmt's? Als ich das letzte Mal aus Europa zurückkam, hatte ich 150 Euro und bekam nur 63 Dollar. Ich fragte, was ist passiert? Naja, die Steuern, dann der Wechselkurs und die Bearbeitungsgebühr und ich sagte nur, keine Ahnung, wovon sie reden. Sie haben mir einen Haufen Geld weggenommen. Genau das passiert. Sie kommen in den Tempel und es wird etwas abgezogen. Wenn man wieder rausgeht, wird noch etwas mehr abgezogen. Jedes Mal, wenn also jemand in den Tempel will, muss er sein Geld wechseln, weil es unrein ist. Übrigens, genau das wirft Jesus um in dieser berühmten Szene im Tempel, als er die Geldwechsler vertreibt. So wütend ist er darüber. In einer anderen Geschichte ist Jesus im Tempel. Wo? Im Tempel. Und dort spricht ihn ein Pharisäer, einer der Pastoren an, der ihm versucht, eine Falle zu stellen. Herr, sollen wir Cäsar Steuern bezahlen? Eine berühmte Geschichte, nicht wahr? Jesus sagt zu diesem Pharisäer, gib mir eine Münze. Der Pharisäer greift in die Tasche, wirft ihm eine Münze hin und Jesus fängt sie, weil er cool ist. Er hält sie hoch, damit jeder sie sehen kann und fragt, wessen Gesicht ist auf der Münze? Okay, wo sind sie? Und was ist dem Tempel nur erlaubt? Nur jüdische Schäkel, richtig? Und er hält diese Münze vor diesem Leiter der religiösen Gemeinde hoch und fragt, wessen Gesicht ist auf der Münze? Ja, Cäsar. Wer sammelt all die Denari am Eingang ein? Und befolgen die Pharisäer die Regeln, die sie anderen auflegen? Hier kommt, worauf ich hinaus will. Der Pharisäer ist selbst ein Zöllner. Der einzige Unterschied zwischen dem Pharisäer und dem Zolleinnehmer ist, dass jeder weiß, dass der Zöllner einer ist und die wenigsten wissen, dass der Pharisäer auch ein Zöllner ist. Und da steht er mit dieser Aussage, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Er ist Selbstzolleneinnehmer und hält es geheim und das macht es viel schlimmer. Das macht es ungleich schlimmer. Und was wir aus dieser Geschichte lernen ist, wir sind alle kaputt. Jeder. Alle sind mehr oder weniger kaputt und die einzigen, die gesund werden, sind die, die es zugeben. Die, die so sind wie der Zöllner. Nicht die, die sich in ihrer Scham suhlen, sondern die, die sich verletzlich zeigen und offen mit ihren Schwächen und Unvollkommenheiten umgehen. Weil das die einzige Haltung ist, in der wir wachsen. Genau das lehrt Jesus. Wer sich demütigt, wird erhöht. Was für eine Verheißung. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Sie sind beide Zöllner. Nur einer gibt es ehrlich zu. Wir sind alle Sünder. Nur einige geben es ehrlich zu. Wir sind alle kaputt. Nur einige geben es ehrlich zu. Und je ehrlicher wir sind, je offener wir sind, umso mehr kommen wir mit Gott und anderen in Verbindung. Und deshalb bin ich dankbar für Sie. Bleiben Sie dabei, echt zu sein. Die Worte, die Jesus sagt, bevor er sagt, gib Cäsar, was Cäsar gehört, das sagt er zuletzt. Er sagt zu ihm zuerst, du Heuchler, zu diesem Pharisäer. Wissen Sie, was dein Heuchler ist? Jesus erfand das Wort in der Art, wie wir es heute benutzen. Zu seiner Zeit hatte es eine andere Bedeutung. Ein Heuchler ist ein Schauspieler. Das Theater war damals sehr beliebt und man konnte auf der Besetzungsliste lesen. Heuchler 1, 2, 3. Anders gesagt, George Clooney ist ein großartiger Heuchler, richtig? Das war nicht böse gemeint, kam falsch rüber, richtig? Der Lieblingsheuchler in dieser Zeit war nur ein Schauspieler. Was er meint ist, du spielst uns was vor. Du spielst eine Rolle auf einer Bühne für ein Publikum. Hör auf damit! Hör auf damit! Ich will dein wahres Ich sehen. Gott will ihr wahres Ich sehen, weil ihr wahres Ich sehenswert ist. Und es ist wunderschön. Und wenn die anderen das nicht sehen, vergessen sie sie. Sie haben selbst viel Scham in sich, sonst würden sie sie nicht verurteilen. Das ist wahr, die Wahrheit des Evangeliums. Tatsächlich ist es so, dass wir, je mehr Gnade wir selbst empfangen in unseren Unzulänglichkeiten, umso mehr Gnade haben wir auch mit denen, die uns verletzen, oder die, wenn sie mit uns zusammen sind, offen werden und vielleicht chaotisch. Das sind gute Nachrichten. Sie werden geliebt. Sie werden geliebt, so wie sie sind, nicht wie sie sein sollten. Heute ruhen wir uns hier aus, und ich erinnere sie daran, dass sie nichts beweisen müssen. Sie können sich entspannen. Und sie brauchen sich auch nicht jedem zu öffnen, sonst wären sie einfach nur seltsam. Aber denen gegenüber, die sie lieben, dürfen sie verletzlich sein. Und vor Gott. Sodass die wichtigsten Menschen in ihrem Umfeld sie wirklich gut kennen. Und hören sie auf, allen gefallen zu wollen. Das macht ihre Seele und ihr Leben kaputt. Tun sie nichts, um Menschen zu gefallen. Tun sie alles, um Gott zu gefallen. Und sie kommen weit im Leben. Sie werden geliebt. Sich zu bewegen, zu öffnen, ist schmerzhaft und kann einem Angst machen. Besonders, wenn sie von etwas abhängig sind. Übrigens können sie jeden Psychologen fragen. Alle sagen, dass die Hauptursache für zwanghaftes Verhalten Scham ist. Der Süchtige befindet sich in diesem Kreislauf, wo er tut, was er nicht will. Er kämpft gegen die Versuchung und kommt lange genug klar, aber dann bricht er ein. Er tut das, was er nicht tun sollte, schämt sich und so versteckt er es. Diese Heimlichkeit wiederum schafft ein noch größeres Verlangen nach dem, was er versucht zu vermeiden. Und dieser Kreislauf wiederholt sich immer und immer wieder. Deswegen sagen sie bei einem Treffen der anonymen Alkoholiker am Anfang alle, Hallo, mein Name ist Bobby, ich bin Alkoholiker. Und alle antworten, Ja, daran sieht man, wie viele Alkoholiker in dieser Kirche sind. Das ist genau das, was ich meine. Genau das meine ich. Ich habe sie ausgetrickst und sie sind darauf reingefallen. Es sind viele, viele Leute. Es betrifft viele. Aber wissen Sie, was dort geschieht, ist so hilfreich, weil die Leute offen mit ihrer Sucht umgehen und die anderen, die da sind, nehmen sie an, so wie sie sind. Das ist das Christentum. Dafür steht auch Hour of Power. Keine Scham, keine Kultur der Scham. Wir möchten eine Kultur von Respekt, Würde und Gnade schaffen. Besonders von Gnade und Liebe. Gott lehrt uns, dass wir alles, was wir tun, aus Liebe tun sollen und nicht aus Furcht. Wenn wir nur unsere Pfauenfedern aufstellen, bleiben wir hübsche, fette Hühner, die niemals wirklich fliegen. Die Bibel sagt uns jedoch, wir sollen Adler sein, die die Flügel ausbreiten und fliegen. Und das geht einzig dadurch, dass wir offen sind, dass wir ihn einlassen, indem wir zulassen, dass wir durchschaut werden, mit all unseren Ängsten, Zweifeln, Kämpfen und Gefühlen, mit aller Unordnung, dass wir keine freundliche Maske aufsetzen oder uns mehr anstrengen, sondern loslassen und Gott in allem vertrauen. Das bedeutet Gnade. Wer kommt übrigens in den Himmel? Ich kann es kaum erwarten, die Gesichter von den ganzen religiösen Leuten zu sehen, wenn sie all die Leute sehen, die ihrer Meinung da nicht hingehören. Das wird spannend. Das wird großartig. Sie werden Ihre Kamera dabei haben wollen. Sehen Sie, wir meinen, wir hätten es drauf. Wir stecken Gott in eine Schublade. Und ich sage Ihnen, man kommt nicht in den Himmel durch die Werke, die man tut. Man kommt in den Himmel durch die Gnade von Jesus Christus, durch das Vertrauen auf ihn, sowie die Prostituierte und der Drogenhändler, das Bandenmitglied, die alle gesagt haben, ich vertraue Jesus, ich schaffe es nicht allein. Und sie haben es nie alleine geschafft. Sie haben ständig diesen Koffer von einer Hand in die andere gewechselt und es nicht geschafft, ihr Verhalten zu ändern oder ein besserer Mensch zu werden oder die Dinge mit den Menschen zu regeln, die sie verletzt haben. Aber sie hatten trotzdem Verlangen nach Gott und kannten Jesus und sie sind immer wieder zu ihm gerannt. Diese Menschen werden im Himmel sein. Was machen sie dann? Wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, kommt in den Himmel. Wenn sie mit dem Herrn befreundet sind, kommen sie in den Himmel. Wir sollten das Gute lieben und das Böse hassen. Wir sollten die Sünde hassen, aber das bedeutet nicht, sich selbst zu hassen. Es heißt, die Sünde so zu hassen, dass wir den Mut haben zu sagen, seht her, ich habe dieses Zeug in meinem Leben und ich brauche euch. Ich brauche Gott und das ist gut so. Liebe Freunde, Sie sind geliebt. Ein letzter Gedanke von Maimonides Rambam. Ich mag ihn. Er sagt, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß es nicht. Und du kommst voran. Wollen Sie lernen? Man kann nicht Lehrer und Schüler zugleich sein. Man muss fähig sein, den Becher zu lehren, damit Gott ihn füllen kann. Also, schütten Sie den Becher aus. Geben Sie Gott alles. Schütten Sie das dreckige Wasser aus und er wird Sie mit einem frischen Becher voll neuen Weins füllen. Ich glaube, wenn wir in den Himmel kommen, werden wir erleben, was Brennan Manning einmal sagte. Gott wird uns fragen, hast du geglaubt, dass ich dich liebe? Hast du geglaubt, dass ich mich nach dir sehne? Hast du geglaubt, dass ich mich danach sehne, deine Stimme zu hören? Oder hast du gemeint, du musst es mir erst beweisen? Hast du gedacht, du musst dich erst drei Wochen gut benehmen, bevor du beten darfst? Oder dass du erst Dienst im Obdachlosenheim machen musst oder so ähnlich, bevor du ein wirklich, wirklich guter Gläubiger wirst, auf den ich stolz bin? Sie müssen gar nichts tun, um Gott zu bewegen, sie zu lieben. Sie können nämlich nichts tun, wodurch er aufhört, sie zu lieben. Das sind sehr gute Nachrichten. Das nennt man Gnade. Er liebt sie so, wie sie sind. Und ich bin so stolz auf sie. Sie sind viel besser, als sie meinen. Sie können sich öffnen und verletzlich sein, was die Dinge angeht, mit denen sie zu kämpfen haben. Alle Ängste und Prüfungen. Es muss nicht mal Sünde sein, sondern auch Dinge wie Depression. Wir alle erleben solche Dinge. Sie dürfen verletzlich sein. Und anderen erlauben zu sagen, oh Gott, danke, jemand hat etwas gesagt, mir geht es genauso. Mir geht es noch schlimmer als dir. Das ist ein tolles Gefühl. So findet man die besten Freunde. Und wenn das passiert, nehmen Menschen tiefe Verbindungen zueinander auf. Wenn wir ehrlich mit dem umgehen, was wir durchmachen, brauchen wir es auch nicht allein zu schaffen. Amen? Gott ist mit Ihnen und ich bin bei Ihnen und die ganze Gemeinde. Wir lieben Sie. Vater, danke, dass du uns hierher gerufen hast. Wir glauben an die Gnade. Wir glauben, dass der Glaube an Jesus Christus einzigartig ist, weil er uns keine Liste vorlegt, um in den Himmel zu kommen, sondern wir nur berufen sind, dir zu glauben und dann aus Liebe zu handeln. Danke Gott, dass wir aus deiner Kraft leben. Wir vertrauen dir. In Jesu Namen. Amen. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Und verpassen Sie nicht die nächste Predigt von Bobby Schuller. Vergessen Sie auch nicht, nach dem kostenlosen Booklet der aktuellen Predigt-Reihe zu fragen. Bis bald und Gottes Segen für Ihre neue Woche. Und dann, bis bald und Gottes Segen für Ihre Woche.